Heute machen wir den Spider-Man und trainieren dabei die seitliche Bauchmuskulatur und stabilisieren unseren Rumpf. Dazu gehen wir runter auf die Matte, wir gehen in den Stütz, dabei könnt ihr die Ellbogen ungefähr eine Unteranlänge voneinander entfernt hinlegen und vorne schnickst ihr die Hände. Ihr stellt die Beine auf und achtet darauf, dass ihr jetzt eine schöne gerade Linie bildet und nun zieht ihr abwechselnd die Knie seitlich vor zu den Ellbogen. Achtet darauf, dass ihr schön stabil im Rumpf bleibt. Davon macht ihr zwischen 10 und 15 Wiederholungen und das Ganze dreimal. Viel Spaß! Amen!